Möge Mani zu all eurer Wege begleiten. Die Suche ist zu Ende. Ich habe nicht nur meine Mutter gefunden, sondern auch meinen Bruder und die Liebe meines Lebens. Mögen meine Söhne Old Schuhhemd und Apanatschka von nun an eine Brücke sein zwischen den Roten und den Weißen. Das werden sie. Colmar Pochette hat ihre Familie gefunden. Sie mag nun mit unserem Dorf der Comanche leben. Das Zuhause des Schwarzen Auges ist die weite Prairie, aber ich werde oft die Wigwams der Comanche besuchen. Die Kraft der Liebe ist die stärkste, die Mani tu je schuf. Sie lässt die Herzen schmelzen, wie die Strahlen der Sonne den gefrorenen Fluss am Ende des Winters. Und sie lässt die Augen leuchten, heller als die Sterne am großen Dach über der Prairie. Wir alle tragen diese Kraft in uns, tief in unserem Herzen. Applaus Und sie lässt die Herzen schmelzen, wie die Strahlen der Sonne den gefrorenen Fluss am Ende des Winters. Vielen Dank.